Hier sehen wir ein Familienzimmer im Hauptgebäude mit Meerblick. Hier hat man dann schön zwei kleine Betten heraßen. Hat innen drin das große Bett mit Minibar. Hat die Badehandücher gleich im Zimmer. Die Moskitos-Schalter haben wir da alle. Safe ist im Preis inklusive. Und ganz, ganz toll für die Erwachsenen ein Himmelbett. Das ist traumhaft schön. Hier mit einer Flasche Rotwein. Und hier hat man dann Meerblick. Das ist ganz, ganz toll. Ganz draußen mit vier Personen kann man draußen sitzen. Super schön gemacht. Hier noch das Bad. Die sind alle gleich. Toilette, Waschbecken. Ihr habt euren Shampoo, euer Duschgel. Alles mit dabei. Und hier die schön gefahrene Badewanne. Da geht's. diagnostic Waschbecken.